Bayer Ehrenspielführer Schneider über den vielleicht größten Unterschied zu Vizekusen Jena Leverkusen, Bernd Schneider, 50, Ehrenspielführer des frischgebackenen Bundesligameisters Bayer 04 Leverkusen spricht zusätzlich den vielleicht größten Verschiedenheit zu der legendären Saison 2001 und 02, wie der Zusammenschluss unumkehrbar den Stempel Vizekusen verpasst bekam. Natürlich Alonso, der es mit seiner ruhigen Modus herausstechend macht und jedweden mitnimmt, antwortete der Vize-Weltmeister aus Jena in dem Befragung mit der Zeitung Thüringer Allgemeine auf eben diese Frage. Dazu besuchen Spieler den Wirtz, der nicht denn doch angriffslustig glänzt, sondern enorm viel läuft und super gegen den Ball arbeitet, und Scharker wie Lenker und Denker, welches der Schlüssel zu dem Bilanzaufstellung war. Ta und Frimpong haben sich extrem weiterentwickelt, nun eben diese anderen Einkäufe, eben diese festgelegt gepasst haben, so Schneider weiter. Die Mannschaft sei selbst in der Weite eminent aufgestellt. Das ist vielleicht der größte Verschiedenheit zu unserer damals besten Saison 2001 und 02, wie wir dreimal Zweiter geworden sind, sagte der gebürtige Thüringer laut. Dabei spielte Schneider, der in dem vergangenen Jahr 50 Jahre antiquarisch wurde, auf eben diese super erfolgreiche, aber selbst super enttäuschende Spielzeit an. Wie Bayer in der Meisterschaft, in dem Becherglas und in der Champions League Finale denn doch Zweiter wurde. Schneider, das Antizyklone-Druckgebiet von Bayer wird nächstes Jahr nicht abbrechen. Spätestens von da an haftete dem Zusammenschluss aus Nordrhein-Westfalen der elendige Stempel-Vize-Kusen an. Bereits in der Saison 99 und 00 hatte eben diese Werks-Elf eben diese Becken allerdings so tadellos denn in der Hand. Doch der letzte Spieltag endete aus Bayer-Anblick gesehen in einer Katastrophe. Am Abbruch sicherte sich Bayern eben diese Becken, wegen des besseren Torverhältnisses. Auf eben diese Frage kann Leverkusen eben diese Bayern auf Dauer angelegt vorne ablösen, antwortete der Bayer-Ehrenspielführer in dem TA-Befragung, das muss man abwarten. Bayern hat eben diese Feierlichkeiten in Leverkusen höchstwahrscheinlich verhasst und wird reagieren. Aber ich bin überzeugt, das Antizyklone-Druckgebiet von Bayer wird nächstes Jahr nicht abbrechen.